Hallo, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworlds Soestorm. Gelange durch das Sorgental. Ja, letzte Folge war ein bisschen ärgerlich, dass wir die Mission dann damit beendet haben. Ich hätte gern noch ein bisschen weiter rumgeschaut und Mermudokons gerettet. Da hätte ich mir vom Spiel doch vielleicht die Meldung gewünscht, so von wegen, hey, wenn du jetzt hier in die Gondel steigst, dann ist Mission vorbei. Möchtest du das wirklich? Naja, was haben wir hier Schönes? Ein Fernglas. Verwende R, um dich umzusehen und LBRB zum Zoomen. Okay, so ist Zoom auf dem Computer mit W. Wir haben jetzt fliegende Slicks. Hier hängen so ein paar Steinchen runter. Das Gequietsche ist ja mal nervig. Aber ansonsten sehe ich jetzt nicht so viel. Du hast angesehen, eins von drei Ansichten. Okay. Müssen wir also in Zukunft auch immer mal durchschauen, dass wir da genügend Punkte sammeln können oder wie auch immer sich das hier im Spiel schimpft. Wir sollen einmal hier runter. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nichts übersehen habe. Abgeschlossen finde den Schlüssel Silberviereck. Bei beiden. Wir haben ja schon Kupferdings. Kupferviereck haben wir. Aber Silberviereck werden wir dann wahrscheinlich jetzt hier finden. Hm? Wenn diese Noten gefunden wurde, dann habe ich verletzt. Aber ich habe Vertrauen, dass jemand, der das hier lehrt, hat auch erläutert, hat sich für unsere Grunde genommen, und wird das, was ich nicht konnte. Diese Tape, ich habe, muss kommen zu den Monakon, wie Abe. He who freed the slaves of Rupture Farms and has started the rebellion, he must know how the evil controls us all, the evil that has murdered me and so many others who have escaped. I beg of you, Abe must see this day. Ja, da bin ich doch mal gespannt, was auf dem Band drauf ist. Wir werden es wahrscheinlich nicht einfach so abspielen können. Ah, fliegende Slicks. Können wir die auch chanten? Jep, können wir. Schießen können die anscheinend auch geil. Das ist doch mal mega. Grillt das die, wenn ich jetzt hier reinfliege? Jo, hat funktioniert. Sehr gut. Ja, entweder finden wir irgendwo ein Abspielgerät oder was auch immer. Leg deine Hand darauf. Geschichtsstein. Von fliegenden Slicks kannst du Besitz ergreifen, wie vom gewöhnlichen Slicks auch. Nutze deine Chantkugel für einen Probeflug. Okay, haben wir gemacht. Na, er schwächelt etwas rum. Und drüben ging es ja nicht weiter. Beziehungsweise von dort sind wir hergekommen. Also können wir weiter hier rüber. Der nächste Checkpoint. Hier geht es hoch. Können wir jetzt trotzdem hier rüber springen? Ja. Aber hier ist einfach gar nichts. Oder ich dachte vielleicht ein kleines Geheimareal. Mach doch nicht mehr. Oder ich muss, Moment. Ah, okay. Ich muss nach rechts drücken. Nicht nach oben. Ich dachte mir, so sparen wir doch bestimmt. Guck mal, so sind wir generell schneller, oder? Ich glaube, das machen wir in Zukunft nur noch so. Es geht einmal hoch. Und es geht auch einmal unten lang. Gucken mal kurz. Gelange durch das Sogental. Überquere im Lift das Tal. Ersoge den Generator durch Fettoline mit Energie. Das heißt, der braucht Fettoline, damit wir unten mit dieser Gondel langfahren können. Jetzt gucken wir nochmal hier oben. Bis jetzt gab es Fettoline ja meistens, oder eigentlich immer in diesen Minen. Ich glaube, hier geht es in eine Mine. Wir schauen nochmal. Brauchen wir hier auch Silberviehreck? Nö, hier nicht. Noch ein Kabelset und eine Fackel. Na, dann machen wir erstmal hier rein. Eventuell können wir ja hier den Generator anschalten. Suche Minenschaft nach Fettoline. Machen wir. Oh, da drüben sind kranke Mudokons. Müssen wir natürlich retten. Hände, aber wir kommen nicht durch. Dahinten sind Hunde. Vielleicht wo sie noch gefunden. Gucken mal. Oh, was? Ah, okay. Also wir müssen was drauf stellen. Und hier haben wir Hunde. Hunde. Ich chante mal kurz um zu gucken. Zwei Stück, die schlafen. Hier ist nichts. Und da drüben ist wieder so ein Portal, um die zu retten. Gibt es hier irgendwas zum drauf stellen? Das ist nur ein Stein. Hm, irgendwie nicht die Hunde hier hochlocken. Wäre eine Variante. Gucken mal. Moment, hier drüben geht es auch noch. Ja, hier geht es noch hoch. Wir gucken erstmal fix da oben hin. Mit den Hunden ist echt nicht zu spaßen. Oh. Hier ist ein Mudokon. Und noch einer. Seid bitte leise. Ich möchte den Hundi nicht wecken. Ich könnte noch sagen, dass die... Ah, ah. Nein. Das hat den jetzt aufgeweckt, dass ich zu denen gesagt habe, wartet. Ich habe mich doch nicht bewegt oder bin ich jetzt auf? Mist. Entschuldigung. Da müssen wir nochmal kurz hoch. Die Sache ist, ich wollte halt gerne nochmal hier dahinter gucken. Weil so wie es aussah, können wir da oben ja noch hin. Jetzt ist die Frage, können wir schleichen beim Krabbeln? Ja, können wir. Weil das Chalet Royale lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Gab es hier noch was? Chattoline, wir haben es gefunden. Okay, hier oben war es schon. Aber ich möchte natürlich trotzdem die beiden Mudokons da unten noch retten. Komisch, dass der wach geworden ist, der Hund durch den Befehl. Nein, die sprechen ja auch so gerade die ganze Zeit miteinander und das geht klar. Aber das mag er anscheinend trotzdem nicht. Na gut, dann kommt mal mit runter. Dann machen wir einmal hier hoch. Und dann könnten wir ja wahrscheinlich mit dem Wartenbefehl auch die Mudokons hier platzieren. Kommt ihr? Oh ja, wir drücken. Haben wir jetzt nur einen aktiviert. Ah, wir müssen immer Mudokon einmal drücken. Okay. So, ihr bleibt mal schön da oben. Dann nehmen wir euch beide. So, passt. Jetzt ist aber ein bisschen komisch. Irgendwie ging die Tür gerade zu. Gehen die jetzt zu, wenn die hier runter gehen? Nee, ne? Okay, gut. Hat trotzdem funktioniert. Alles klar. So, dann kommt ihr mal mit hoch. Jetzt müssen wir mal überlegen. Kriege ich die leise da runter? Ich habe ein bisschen Angst. Die Sache ist, wir kriegen die Tür hier noch auf. Cool wäre natürlich, wenn wir die Hunde einsperren könnten. Ich probiere das jetzt einfach mal kurz. Wir chanten mal das Ding auf. Laufen die jetzt hin, ohne gefressen zu werden? Nö, die laufen gar nicht hin. Dann werden die Hunde wach. Jetzt einfach hier rüber laufen. Ich glaube, die werden... Waren die durch das Chanten wach? Ah! Die werden schon durchs roter Spring wach. Dann vielleicht auch aufmachen, dass die hier rein rennen? Machen sie leider nicht. Die bleiben stehen. Dann... Ah! Alles klar. Taste lange gedrückt halten, dann mach das für alle. Obwohl die hier drüben eigentlich nicht drauf stehen sollen. War du hier? Ne, du? Und der andere auch noch? Kommt ihr mal mit hier rüber? Jetzt alle warten. Jetzt müssen wir die Hunde irgendwie wecken. Nein! Ach, ich wollte nur kurz runterspringen und wieder hoch. Damit die wach werden, aber wir wurden direkt gefressen. Ach, jetzt müssen wir das alles nochmal machen. Schade. Entschuldigung. Einmal dich. Ach Mist, jetzt habe ich das Gelee nicht geholt. Sie sagten, du würdest kommen. Sie waren richtig. Aber es ist okay. Du bist nicht alleine. Danke. 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 Danke zu video round. Das ist doch vorhin auch nicht passiert. Da sind die so schön durchgepackt. Super, jetzt haben wir zwei Mudokons verloren Ach, Mist Wir hätten die wahrscheinlich auch noch warten lassen müssen Unten und die oben wieder runternehmen Ach, Mann Ja, das war so auf jeden Fall nicht gedacht Tut mir ein bisschen leid für die beiden So, ihr bleibt jetzt hier stehen Wenn ich hier ein bisschen rumspringe, werden die wach Oder rumrenne Irgendwie nicht, ne? Kriegen wir die jetzt wach? Wenn ich hier lang renne Aber mach mal ein bisschen Lärm Auch nicht, ich möchte nicht nochmal runterspringen Dann sterben wir wieder Obwohl, diesmal liegt er nicht direkt runter Ich sterbe sowieso, ich sehe es jetzt schon So, und jetzt schnell hier rüber rennen Kommen die jetzt hier rüber? Kommen trotzdem nicht hier rüber Was möchte das Spiel von uns? Jetzt liegt er wieder so beschissen, dass ich da nicht runterkomme Wir nehmen mal Einen Mudokon Stellen ihn hier drauf Kommt der jetzt hier rüber? Wach ist er? Irgendwie wollen die hier nicht rein Also entweder ist es Doch nicht der Weg Ich riskiere es jetzt einfach nochmal Komm Undi Ah, okay Ach, die vernichten sich dann selber Jetzt haben wir die Tür da unten zu Jetzt kriegen wir die nicht mehr auf Ah, nein War jetzt Ach, Mann Ach, das ist ungünstig gelaufen Es tut mir leid, dass wir hier gerade so ein bisschen hängen Aber ihr seht selber So ganz einfach ist es nicht Entweder habe ich das System noch nicht verstanden Alles nur wegen vier Mudokons Aber es sind halt vier Mudokons Meine Hauptsie unseres Spiels ist doch Die Mudokons zu retten Ach ja, alles gar nicht so einfach So, ihr stellt euch mal wieder hier drauf Danke Dann heilen wir einmal ihn hier Mal gucken, sobald die Taste hier unten gedrückt wird Na gut, ihr seid ja jetzt erstmal Die Tür drüben kann ja nicht aufgehen Jetzt müssen wir halt am besten Einen hier warten lassen Den anderen runter Dass wir ihn hier rauskriegen Wie kriegen wir denn dann den letzten raus So, du wartest auch mal hier Weil sobald er ja hier runter geht Geht das Ding zu Wir kommen nicht mehr raus Würden nur die andere Seite aufkriegen Aber da sind die Hunde Das können wir nicht riskieren Aber wir könnten Ne, könnten wir auch nicht Wenn ich mich jetzt drauf stelle Dann geht's wieder Ja Gute Frage, Leute Weiß nicht, was wir vor uns anders gemacht haben Dass das hier so gebackt ist Wir rennen jetzt einfach nochmal Ja, okay Wir haben einen Mudokon verloren Tut mir sehr leid Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt Nicht gewusst, was ich hätte machen sollen So Die Hundis sind wach Wir können hier die Tür aufmachen Wir können die alle warten lassen Und irgendwie dann die Und die es hier rüber locken Die Sache ist Wenn der Ja, genau das passiert jetzt nämlich Aber der eine ist drüben Der andere ist ausgesperrt Wenn ich jetzt nicht mehr hier Auf das Ding drauf trete Haben wir, glaube ich, das Rätsel gelöst Kommt alles schnell runter Dass die Tür zugeht Die ist zu Okay Es hat funktioniert Warum auch immer die jetzt Garant gekommen sind Vorher nicht Das ist alles ein bisschen komisch Ein Mudokon verloren Aber immer noch besser als der Versuch davor Da waren es zwei So, und jetzt Bitte ohne sterben Oh oh Hier wieder rauskommen Einer ist eingesperrt Müssen wir mal gucken Der andere Schläft hier vor der Tür Wir müssen wieder hier hoch Nicht runterfallen Danke Okay, gut Dann holen wir uns noch das Chalet Royale Und das Fettoline Und dann haben wir es geschafft Mann, kompliziert Also eigentlich nicht, aber Irgendwie schon Einmal das Einmal das Und dann können wir hier die Mine Wieder verlassen Können den Generator starten Und fahren mit der Gondel einmal da durch Ich weiß noch nicht genau Was wir mit den Slicks Dort machen Waren ja echt eine ganze Menge Slicks Wir werden mit unserer Chant Kugel Nicht so weit kommen Dass wir die schon Vorstadt Vorstadt erwischen So, hier unten ist der Wie soll ich die besiegen Das müsst ihr mir mal verraten Das passt alles Sobald ich hier fahre Sehen die mich doch Naja, wir haben den Checkpoint Ich würde sagen Probieren geht über Studieren Ziehen um Plattformen zu starten Kann ich die auch jederzeit bremsen? Kann die nicht bremsen Schaffe ich es jetzt doch noch zu Chanten? Oh, aber ganz schnell Okay, so geht's Er hat zum Glück Eine Schrotflinte Damit sind wir ganz gut Vorangekommen Aber wir müssen direkt Wieder charnten Schnell, schnell, schnell Schnappen wir uns den Der ist leider schon Ein bisschen beschädigt Oder ne Das ist einfach generell Qualm, was die verlieren Den haben wir Und den noch Jawohl Haben noch mehr? Sieht nicht so aus Ja, war doch einfacher Als gedacht Dann haben wir auch Das erfolgreich absolviert So, können wir hier Schon runterspringen? Ah, nichts verquetschen Wow, das wäre es jetzt gewesen Wir haben noch Ein Gelee Royale Warum haben wir Ich wollte schon sagen Warum steht denn jetzt Eins da? Wir hatten doch gerade Eben schon eins Hier sind zwei Türen Und wir haben aber auch Ein Hebel, oder? Ne Hier ein Hebel Das ist alles nur Geländer Sieht nur aus Wie ein Hebel Werden wir das wahrscheinlich Später irgendwo aktivieren Ja, cool Jetzt kommen wir nicht mehr hoch Denn eben so Wir haben noch ein Fernglas Da gucken wir noch mal Ein bisschen hier in die Ferne Wo ich mir nicht ganz sicher bin Was das bringen soll Weil wir werden es ja So oder so Alles noch sehen Ja Haut schon hin Lassen wir so Betrachter Zwei von drei Ansichten Erledigt Und dann haben wir Den nächsten Checkpoint Und diese schöne Mauer hier Klettern wir dann In der nächsten Folge hoch Vielen Dank fürs Zuschauen Morgen 12 Uhr geht es weiter Bis dahin Macht's gut Zwei von drei Zwei von drei Zwei von drei Untertitelung des ZDF, 2020